hallo zusammen wir wünschen euch erstmal schöne weihnachten wir hoffen ihr hattet ein schönes fest und wünschen euch jetzt noch schöne feiertage wir gehen jetzt heute zu einem kleinen bach mit ganz ganz klarem wasser wir waren im sommer schon mal dort aber jetzt im winter bei so einer landschaft ist es gleich noch mal ganz anders und wir wagen es heute dort tauchen zu geben beziehungsweise nur ich weil klär ist leider noch etwas angeschlagen aber wir gehen jetzt mal los und schauen mal ob es funktioniert wie wir es uns vorstellen bis gleich ist gleich also gute nachricht wasser ist nicht geworden Alter Schwester! Und? Also wir sind jetzt an unserem Spot angekommen und das Wasser ist richtig klar. Aber im Sommer sieht das natürlich nochmal ganz anders aus, wenn das Licht da durchschimmert. Aber trotzdem hat es was mit der Winterwartenlandschaft hier. Und ich werde mich jetzt mal in mein Neo werfen und schauen, ob ich ins Wasser gehe. Leider ist es im Sommer schon so arschkalt gewesen. Wie lachst du das? Jetzt schauen wir mal, wie es im Winter wird. Ich will das jetzt nicht packen. Respekt. Also mir erfrieren ja schon meine Fingerchen hier jetzt. Es ist schon so kalt. Und das ist schön. Dieser Gesichtshaube ist aber so ungenehm, was schlägt, was man so nach vorne zieht. Oh, schön. Zum Glück bin ich wirklich gut ausgestattet. Wuh! Fuck, wie kalt ist es? es geht tatsächlich da so ein bisschen was läuft rein aber das hält schon ganz gut stand so beim reißverschluss läuft halt hinten ein bisschen was in den rücken und es sieht auch echt unter wasser ziemlich geil aus aber ich kann nicht so weit schwimmen wieso weil die strömung da ist ich schaue jetzt noch einmal hier rüber und versucht da hoch zu klettern weil da ist so ein kran der kies abbaut und ich schaue mal ob da was los ist und ob man da vielleicht verspringen kann ganz alleine in der landschaft schauen wir mal wie es da so ausschaut theoretisch möglich müsst halt jetzt wassertiefe und alles checken und hier in der nähe komme ich nirgends wo rein oder raus also ich kann reinspringen aber ich weiß ja jetzt noch nicht wie süß es ist aber der rand hier ist viel zu hoch überall drum herum um da irgendwie rauszukommen schwierig naja aber es ist möglich vielleicht schauen wir wann anders nochmal her naja ich schaue jetzt mal zu klär und lasse mich jetzt mal den den bach lang treiben schauen wir mal jetzt her ob wir da irgendwie runterkommen jetzt heißt es treiben lassen ich bin jetzt wieder da jetzt haben wir den kleinen rundgang beendet ohne neo nein aber es geht also klar ist frisch aber es ist frisch will sie mich verarschen ich hätte es mir ein bisschen kälter noch vorgestellt willst du mich verarschen springen machen wir heute nicht mehr weil jetzt ist es etwas zu kalt ich hoffe euch hat es gefallen guten rutsch ein ins neue jahr und dann sehen wir jetzt ein neues jahr im neuen jahr ein alter frische Lieder heiße ich ziemlich schnell um wir sehen uns dann im nächsten jahr wieder guten rutsch tschau tschau mit schnee oh ist so hart tschau 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 einfach den kopf abgebissen Mmh